Klimaneutralität beginnt bei jedem von uns. Jeder Bürger hat die Möglichkeit, zwei Tonnen CO2 zu emittieren. In Leipzig liegen wir bei sechs Tonnen pro Jahr und Bürger. Das heißt, jeder muss seine CO2-Emissionen um circa zwei Drittel reduzieren. Das kann man seinen Lebensumständen entsprechend auf verschiedenen Wegen erreichen. Man kann seine Heizung auf erneuerbare Energien umstellen, Ökostrom nutzen und energiesparende Haushaltsgeräte einsetzen. Ich kann auch die Wahl meiner Verkehrsmittel entscheiden. Für kurze Strecken lohnt sich oftmals das Fahrrad. Ich fahre zum Beispiel in Lindenthal, wo ich wohne, circa 1000 Kilometer im Jahr für ganz einfache Besorgung mit dem Fahrrad. Andere machen das ausschließlich mit dem Auto. Jeder sollte sich also überlegen, wenn er etwas tut, mache ich das nachhaltig und ist das gut für den Klimaschutz. Als Ortschaftsrat von Lindenthal setze ich mich für mehr Grün auf den Schulhöfen ein. Ich bin dafür, dass Schulhöfe nach dem Schulbetrieb für Freizeit, Sport und Spiel für die Öffentlichkeit geöffnet werden und genutzt werden können. In Lindenthal habe ich mich zusammen mit dem Turn- und Sportverein und dem Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr zusammen mit anderen Ortschaftsräten für den Neubau einer neuen Sporthalle an der Alfred-Kästner-Grundschule eingesetzt. Die alte, unsanierte Sporthalle entspricht in keinster Weise mehr den heutigen Anforderungen. Aus diesem Grund ist ein Neubau dringend notwendig. In wenigen Tagen soll die Machbarkeitsstudie dazu dem Ortschaftsrat vorgestellt werden. Die Mieten setzen sich aus der Kaltmiete und den Betriebskosten zusammen. Deshalb ist es auch wichtig, dass die Betriebskosten möglichst niedrig sind. Durch den Umstieg auf nicht-fossile Energieträger, die dann auch nicht mehr weltmarktabhängig sind, sind diese berechenbarer und dann hoffentlich auch niedriger. Die Tendenz ist beim Strom schon erkennbar. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die geförderte, kostenneutrale energetische Sanierung des Wohnraums, sodass dieser dadurch nicht nur umweltfreundlich ist, sondern also auch bezahlbar bleibt. Und ganz selbstverständlich ist es natürlich, dass die Menschen so viel Geld verdienen müssen, dass sie von ihrer Arbeit leben und natürlich auch die Miete bezahlen können. So sollte es sein. Ich möchte den jungen Wählerinnen sagen, geht zur Wahl, schaut euch die Wahlprogramme der Vereinigungen und politischen Parteien an, wählt demokratische Parteien und Vereinigungen, schaut den Politikern auf den Mund und nehmt sich später beim Wort. Und nicht zuletzt engagiert euch selber in Organisationen, in demokratischen Parteien und bestimmt so ein Stück eure Zukunft auch selber. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.